Und wo sind die Fans von Verbotene Liebe? Also da, kleines Übergewicht, hatten wir bei Sturm der Liebe eben auch, die haben gewonnen. Ihr seid ja eingespielt jetzt, ihr macht das ordentlich, ihr wisst ja jetzt einfach vom Fallschmacken her. Du musst natürlich außerhalb des Ferienges spielen. So, erstes Spiel für Verbotene Liebe. Sturm der Liebe, denkt ihr, weil ihr das Spiel wisst, Sturm der Liebe wird ja unverzüglich auf Feld 2. Und dazu, das muss nicht dahin kommen. Gut, Autogramme ist fast noch wichtiger, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist das Spiel. Aber ihr müsst ja trotzdem drehen auf Feld 2, Sturm der Liebe. Und das A&M-Fan-Team wartet dort auf euch. Sie kommen auf jeden Fall nachher nochmal wieder zum Autogramme schreiben. Ist versprochen. Wir haben nachher ja auch noch, sondern in der Bilderspause, so viele tolle Sachen mit euch vor. Und da könnt ihr nochmal ran an den Speck sozusagen. Wir müssen natürlich noch kurz warten, bis das Feld 2 fertig ist, weil wir ja zeitgleich anfangen. Noh! Dannst du mal auf jeden Fall! Vielen Dank.